Jo, Alter. Invasion! Ich will hier einfach runterlasern, ey. Wie blöde. Alter, wie geil. Die Geschütze sind gleich weg. Eine deiner Städte wird angegriffen. Die hier, oder was? Jo. Von da hinten ganz. Okay. Wo wollen die denn ganz hin? Ähm. Stopp. Die lösen. Die greifen den jetzt einfach mal weiter an. So. Eins, zwei, drei, vier. Wo sind die da? Ihr macht jetzt Platz. Die machen hier einfach mal das nieder, was geht. Ich weiß gar nicht, was ich da mal so rumtrödeln. Eine deiner Städte wird angegriffen. Ja, die wird auch gerade verteidigt. So, letztes Haus oder vorletztes? Ja, macht ihr doch. Die düsen da immer die so rum? Na gut. So. Oh, ein Haus noch. Ach, da kommen nur noch ein paar Gegner. Oh, die werden immer schnell kaputt gelasert. Neue Dingens frei gespielt. Trickbombe. Die Fähigkeit beschädigt Gebäude und kann helfen, Städte zu erobern. Ach, cool. So, ah, noch ein Gebäude. Ja, gut. Gelb Nation ist nicht mehr. Haben die... Die Blauen haben alles neben Grün noch erobert. Wir haben irgendeine spezielle Bindung zu Blau. Cyan hat hier, ähm... War unser letzter Gegner. Genau wie jetzt hier. Also, in der Stammesphase. 26.000. So, fast fertig. Oh, da wollen sie wieder. Zwei, drei. Milchgesicht. Ah, die haben eingenommen. Perfekt. Oh ja, hier. Ihr seid jetzt nicht mehr grün. Ihr seid jetzt roh. Wir sind die Roten. Genau. So ist brav. Ah, perfekt. So sind alle Gebäude kaputt. Aber das musste natürlich sein. Du hast diese militärische Stadt zu einer militärischen... Mit militärischen Mitteln erobert. Sie bleibt eine militärische Stadt. Ich hätte euch gerne noch gezeigt, was Religion und so bedeutet. Aber okay. So, die wird auch gerade platt gemacht. Blau übernimmt grün gerade. Das heißt... Das wird interessant. So, machen wir mal hier... Schrott weg. Und packen da mal was Neues hin. Ah, 26.000. Wir können hier eigentlich schon sofort aufs Maximum ausbauen. Äh, so. So. Und... So. 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 Und... So. Ja, das geht doch ganz easy gegen das Stand ist jetzt perfekt. So. Ja, grün ist nicht mehr, kann man schon bald sagen. So. Ich würde mal sagen, alle positionieren sich. Ich baue mal wieder Topspeed dran und dann positionieren sich alle mal hier hin und dann nehmen wir was. Ah ja, cool. So. Zack. Flugzeug umbauen. Wieder ein bisschen Speed dran. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so langweilig findet oder ob ihr das interessant findet, wie ich das da hier so handle. Also mit Taktik und allem. Ich finde es ganz nice und, naja. Ich freue mich, wenn ihr ein paar Reviews gebt, ob das cool ist oder nicht. Zack. Weil Spore auf schwer kann man eigentlich taktisch nur so machen, was man mal von alles von allem mal macht. Also nicht nur erobern, sondern auch mal kommerzial gehen. Also kommerziell ist das leichteste. Immer den Mittelweg nehmen. Das Böse zu nehmen ist eigentlich schon mit das Schwerste. Und auf Religion zu gehen geht eigentlich auch mit unter am leichtesten, weil wenn man die ganzen Leute auf seiner Seite hat, dann geht das eigentlich ganz schnell, die Leute auch Dingens umzubauen, weil auf Angriff zu gehen musst du halt immer mit Geschwindigkeit und so richtig und Angriff und allem Blödsinn richtig handeln. Und das ist schon ganz schön schwer meist. So, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Gegner haben ebenfalls fünf, denn irgendwie weißte Blau wird gerade, nimmt gerade das fünfte ein. Das war das Grüne. So. So, wir haben kein Geht mehr, aber wir haben jetzt so viele Flugzeuge wie Sau hier. So. Ich würde mal sagen, kommen wir mal erstmal hier hin. Wir haben jetzt Flugzeuge wie Sau. und ich stehe auf Stopp. Wobei greifen die schon an? Tun sie jetzt aber, das ist nämlich doof. Dann na 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 zack zack und zack und zack und zack ah cool fertig und play und ich bin jetzt mal gespannt das ganze Ding hier ich weiß nicht, ob der greift das jetzt mal an hier Alter Alter, das sieht so geil aus, wie die einfach Laser-Invasion haben, obwohl das ein Flugzeuge sind und wie schnell das geht bin ich mir mal ruckzuck eingenommen Ah, wie geil ist das denn, ey und der nächste ja, nicht mehr grün sondern rot Refacted und so die verziehen sich so grün ist nicht mehr ne, wir müssen ähm was wir jetzt allererst mal machen was wir die ganze Zeit nicht getan haben wir bauen mal unseren äh Einwohner so um dass er jetzt nicht mehr wie ein Dörfler aussieht sondern wirklich wie ein Stadtbewohner das heißt aus dem billigen Sombrero wird ein ein Zylinder na ein riesenzylinder schade ähm Magierkappe na wir sind so groß so ja unser großer King hier so jetzt können wir statt so einem billigen Rucksack so einen großen Rucksack aufsetzen oh man ja der ist ein bisschen breit so ja 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 oh geil dann ähm was machen wir weiterhin ähm Oberbekleidung so und puh ja dieses Gürtelding das können wir lassen so hoch das ist ja das zu lang jo so ist geil cool dann mal was ordentliches an hier und ah ne das geht leider nicht miss oder ne leider nicht ham das könnte aber wohl interessant aussehen joa krieg noch einen extra geilen Bart hier find ich ah find ich cool doch gefällt mir so jetzt ist er jetzt ein Damul Bürger und kein Damul Stamm äh Dörfler mehr japp so was hatten wir vor eigentlich jetzt ach ja wir wollten ein Stadtmisschen bauen das ganze verkrüppelte Zeug hier raushauen und mir was ordentliches machen zack zack so so und so ja ja gut könnte man so ach könnte man so machen aber geht leider nicht so so 1200 ich glaube er geht nicht und reicht das auch zack 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 schön defensiv ausgelegt weil das ja hier sich die Stadt verteidigen muss vor den blauen so die sind jetzt alle hier versammelt ja find ich cool find ich sehr cool jetzt müssen wir nämlich ähm ein bisschen sammeln damit wir einfach mal so viele flugzeuge wie geht ausbauen können dann 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 Vielen Dank.